Erneuter Landeanflug auf Thessaloniki nach einer 180-Grad-Wende. Jetzt fliegen wir ganz direkt rein. Da hinten ist Titan, Zementwerk. Zementwerk. Pektatier und Duss. Das ist Langgadar. Jetzt kommen wir direkt über die Stadt rein, Río Castro, die Umgehungsstraße, hier, Gaston Zoglio, Stadion, die Messe, Baug, Baugstadion, hier, Aris, Stadion von Aris, hier, guck, und hier wieder Kalamaria, hier, 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 Der Panorama Ich bin hier, ich bin hier. So, gleich sind wir runter. Jetzt hat es geklappt. Jetzt sind glatte Löhnen. Da hinten sind die Löschflugzeuge. Jetzt sind wir runter.